Was hat mir McDonalds in die Tüte gepackt? Den Hamburger Rall Smoky, so soll er aussehen und das hab ich gekriegt, ihr Schweine! Den baue ich selber nach. Hier, guckt euch das mal an. Ja, erstmal die French Fried Originals machen, die machen wir mit Milch und Zwiebel natürlich. Kohle rein, Kreuzmini drauf, Kussmonster drauf, Öl rein, oh ja. Alles Borgel Johnny im Shop erhältlich. So und jetzt, oh, die geilsten Röstzwiebel in der Welt machen. Das kann weg, ja das auch. Planscher drauf, ja, oh, Bacon rösten. Salz, Fleisch obendrauf und dann pressen, oh, ist das ne geile Presse. So, hier schonmal einen Käse vorbereiten, ne, und der andere kommt obendrauf auf den Burger. Ja, Sößchen, Mayo, Senf, Ketchup, Rauchsalz hinterher für den Rauchgeschmack. So, oh, Burger heiß drauf, Bacon drauf, zwei Gurken drauf, ordentlich Röstzwiebel und ein Sößchen fürs Sößchen. Voila, McDonalds, ihr Schweine, hier kommt der Bomber! Wer braucht jetzt so ne Fälschung? Ich! Boah, ist das geil! Det渣le! Guck, wiezlich! Wie, wie? Dann? Ich bin so auf.